Chat, kennt ihr noch die Lancaster Games? Vielleicht hat der ein oder andere sie noch Erinnerungen. Es gab, glaube ich, zwei Stück. Das ist, glaube ich, jetzt der dritte Teil. Wir haben alle beide gespielt. Ist so ein Episodengame. Das erste Spiel war, wir haben so einen random Dude auf einem Campingplatz gespielt. Und dann ging das, glaube ich, so Richtung Aliens oder so ein Shit. Oder was auch immer da im Wald war. Der zweite Teil war, da haben wir in einem Callcenter gearbeitet. Und das Spiel war dann so, dass jede Sicht von dem Spiel aus der Perspektive der Überwachungskameras war. Und dann war am Ende dann halt irgend so ein Viech, was den Charakter, den wir gespielt haben, dann gefressen, getötet hatte, was auch immer. Und das ist hier der aktuelle Teil, wo es irgendwo darum wohl geht, dass Whistleblowers wohl irgendwas geleakt haben, irgendwelche Videos geleakt haben und so. Weil diese Lancaster-Spiele spielen wohl in einer Welt, wo es irgendwelche Monster, Dämonen, was auch immer, irgendwelche Erscheinungen gibt, die die Menschen kennen und wissen, dass sie existieren. Aber es gibt halt so eine Agency, die sich darum kümmert und das versucht halt vor der Welt so ein bisschen zu verstecken. Und hier drin im dritten Teil, glaube ich, wurde etwas geleakt oder so. Und wir werden jetzt diese Leaks sehen. Irgendwie so. Sind die VODs auf YouTube davon? Also eins auf jeden Fall, das vorherige, das mit dem Callcenter. Das erste weiß ich nicht mehr. Ist schon etwas länger her. Für Best Experience, Adjust Graphics, den Volume in the Settings. Blablabla. Okay, okay. High Quality, Fullscreen. Ja, ja, ja. Was? Was steht da? Opt Out of Webcam and Computer Profile Name Utilization. Was? Was steht da? Was mit Webcam-Chat? Ist das ein Spiel, wo ich meine Webcam brauche? Was steht da? Das Game uses Webcam. Das wird schief gehen. Er wird eine Capture-Karte nehmen. Wo steht das denn? Stand das da gerade vorher? Kurzzeitig wird sie genutzt. Ja, wenn das so ist, dann lass mich kurz meine Webcam anschließen. Wo hab ich meine Webcam gepackt? Ja, sowas mag ich, wenn das irgendwie so mit Webcams oder so spielt, wo dann meine Kamera genommen wird und dann mich zu spooken oder so. Das wär cool. Hat jemand meine Kamera gesehen? Hab sie. Chat, chat, alles gut. Ich hab sie. Ihr müsst mir nicht sagen, wo sie ist. Hab sie. Hab sie. So, wir machen die Webcam einfach genau neben meine andere Kamera für den maximalen Spoop-Chat. Ich hab sie auf euch drauf gesetzt. So, kann sein, dass die gleich irgendwie noch kurz installieren muss oder so. Aber ich glaub, die ist noch installiert. Wir wollen die volle Experience. Kannst ja nur nicht wählen, welches Gerät der nimmt. Müsstest vielleicht deine Capture-Karte noch deaktivieren oder so. Meinst du, du würdest die Capture-Karte nehmen? Also, die andere Capture-Karte kann ich nicht abschließen, die diese Kamera hier macht. Das hier. So, ich hab auf jeden Fall meine Elgato rausgesteckt. Mal gucken, ob das funktioniert. Das ist das Laub des Bösen, ja. Und Schuri, Dankeschön für fünf Monate. Mein Geld ist schon wieder verschwunden. Dieser Kegel klaut mein Geld. Ich bin ein Halunke. Ein Halunke bin ich. So. Kurz hier mal gucken, ob die theoretisch gehen würde. Die Cam, die ich jetzt eingesteckt habe. Videoaufnahme-Gerät. Das ist meine alte Cam-Chat, mit der habe ich früher mal gestreamt. so, okay. Okay, die VODs sind auf YouTube und eine Video heißt, ich suche random Horrorspiele und das nachts und das andere super Konzept. Leider mies im Gesinn. Genau. Hast du gefunden. Maschine. So, wir gehen wieder rein. Wo startet das jetzt mit der Cam? This game briefly uses Webcam and Computer Profile Name. If you do not want this, opt out in the settings. Wear headphones, okay. Aber ich kann leider nicht einstellen, wo die Kamera, ne, welche Kamera das ist, oder? Also, wenn ich jetzt da einen Haken reinnehme, dann nimmt das das raus, ne? Also, Haken muss raus. Okay. Ich weiß nicht, sowas wie, nee, sowas gibt es nicht. Ich wollte gerade sagen, sowas wie bei Sound-Einstellungen gibt es ja immer sowas, dass man einstellen kann, dass es primär ist. Das geht, glaube ich, bei Cam's ja nicht, ne? Naja, lassen wir uns überraschen, ne? Wie das aussehen wird. Ob das klappt jetzt mit der Cam oder nicht? Wenn nicht schade, wenn doch geil. Let's go. We are getting the feeling that you aren't taking us seriously. Doch! Doch, ich hab mega Angst. Ich weine gleich. No acknowledgement of missing Valerie for the tapes we are leaking. This time we decided to reveal something a little bit closer to home in an old screen recording of one of your training protocols. If she isn't released, maybe the next leak will show how useless your training is. Does the agent buddy Cam footage ring a bell? Okay, geht's los? E-R-G, it's in the game! Logging user. Kejai. 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 Password. Propo 123. I-R-G, 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 I-R-G. Прomentive, and are the greatest threat to public security. It is imperative that agents have the skills to not only detect potential threats but fast. Prd has found the one-year agent fatality rate goes down from 34.7% per 100 Okay, ich muss Gesichter anklicken. Wir gehen. Gesicht! Gesicht! Oh Gesicht! Gesicht! Was? Das war kein Gesicht? Gesicht! 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 Glaube ich! Gesicht! 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 Ich habe weggeguckt! Hey! 16 Gesichter! Ich habe bestanden! Das ist ganz schön laut und schmerzhaft, oder? Oh yeah! Situation Training! Mom pick me up! Mom pick me up! I pissed my bed! Oh! Okay. Ja, Termin itself, wenn sie dich halt übernehmen, wenn die Entity dich übernimmt. Huh? This video is another example. Think, following the values of search, what would you do? Trau dich! Geh rein! Jeff the Killer! Ich hab nichts geleakt. Ich hab nichts geleakt. Lesson 3. Follow mission protocol. Deviation from mission protocol endangers yourself, co-workers, and data collection. Assisting civilians is strictly forbidden, unless stated otherwise in mission protocol. Reminder, the punishment for deviation is termination. In 1990, Agent Redacted was on a mission studying an entity. The entity was located at Agent Redacted's house. Agent Redacted tried and successfully saved his wife. Agent Redacted didn't follow protocol and both him and his wife were terminated. Perfekt. Hätte wahrscheinlich seine Frau umbringen müssen. This concludes the refresher. We will not remind about these topics again. See your supervisor, if you have questions. A multiple question quiz about these topics will... Okay, nice quiz. Habt ihr aufgepasst, chat? Ich nicht, sehr gut. Ihr wahrscheinlich auch nicht. Begin. Das war zu viel Text. Ihr habt schon alle TikTok offen, oder? An entity has killed your partner, but is no longer exhibiting hostile behavior. What should you do? Uh, collect evidence, ne? Correct. It is a perfect time to collect more data. Aha. After a mission, an entity unknowingly and unknowingly followed you home. You have tried to shoot the entity, but your efforts are futile. You are cornered in your room. What should you do? Sind wir schon am Terminate Self? Oder run away? Aber cornered in your room ist ja... Ich komme ja nicht weg, ne? Ich denke mal Terminate Self, ne? Bam, bam, bam. Correct. Have enough self-respect to give yourself a painless death. You are carrying newly discovered data about an entity. You hear your partner upstairs cry for help. You know you could probably neutralize the threat attacking your partner. What should you do? Collecting evidence, ne? I do not risk losing collected data. Ach so, ich soll seine data übernehmen. Ah, okay. You have a do no interfere order on a mission studying an entity. The entity is killing civilians, one of which is your friend. You have been given a weapon, strong enough to neutralize the entity. What should you do? Record your friend's death for data, ne? Oder Chad? Ist natürlich doof für unseren Freund, aber das ist ein Job, ne? Correct. Follow mission protocol. You overhear your superior talking about the plan to leak data from ERD. You are worried that you will be in trouble for solving the issue. What should you do? Do nothing. They probably know something you don't. Terminate your boss. Das ist es, ne? Record the conversation and report your boss. Ask your boss to explain the conversation. Terminate. Wird direkt umgebracht. Correct. Don't hesitate. Every second you don't terminate is another second data could be leaked. Okay, ja, ein falsch. Aber bestanden. Bestanden ist bestanden. Die Daten des Freundes sind mehr wert als er selbst. Genau. Doppelgagger Detection. Oh, ich bin gespannt. Das klingt cool. Doppelganger? 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 Es ist eher eine Klasse von Enten, die visuell und audiblich mimikieren können. Doktor-Gangere können von ihren abnormalen Featuren beobachten. Die größten Attribüten zu sehen sind löser Haut, Missing-Featuren und Inkorrekt-Featuren. Eine weitere Klassifikation der Pell-Dangers kann durch die abnormalen Featuren beobachten. Zum Beispiel haben die Haut immer löser Haut. Ansonsten ist die Identifikation in einem Differenz-Module. Usend deinen Kursor, klick auf die Doppelgänger gegenüber den Menschen. Beginn. Also oben rechts fehlt ein Auge, das ist ein Doppelgänger, ne? Ist easy. Ich habe keine Ahnung. Aber der rechts sieht irgendwie weird aus. War richtig. Der oben rechts hat kein richtiges Auge. Ich glaube der hier, der hat glaube ich Loose Skin. Ja. Die hat keine Zähne. Die hat keine Zähne. Die hat Loose Skin. Die hat kein Auge. Die sieht so aus wie diese von diesem chinesischen TikTok-Arzt verarztet. Die sieht ein bisschen gruselig aus. Ich nehme die hier. War richtig. Ja, Loose Skin hier oben rechts. Äh, unten rechts. Doktor Kim, ja. Was? Der sieht gruselig aus, okay. Die sieht gruselig aus. Weg damit. Was? Das war falsch. Die hatte keine Pupillen. Der hat keine Zähne. Was ist denn mit ihm los? Der hat kein Gesicht gehabt. Der hat kein Gesichtshaut. Lappen. Image. 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 Image Recognition. Okay. Hälfte haben wir. Was überhaupt hinter dem ganzen Doktor Kim Zeug steckt, ist echt weird. Ich habe die ganzen Bilder gesehen. Das ist schon gruselig. Es ist etwas in der Heim. Boah. Okay, Ente ist Freund. Äh, no threat. Der ist ein süßer, äh, süßi. Der ist ein süßi. Ja, Junge. Einfach Purchnacht, oder was? Ja, guck mal, was ein süßi. Da ist niemand. Fred. Oh, okay. Wenn da niemand ist, dann ist da auch keine Fred. Ja, die will mich killen. Die will mich killen. Der Junge, der snipet mich weg. Da ist niemand. No threat. Da ist niemand. Fred. Ihr seid vielleicht unsichtbar. Ja, Junge, wer ist das denn? Einfach so ein Masked Rapper. Ich seh' niemanden. Ja, okay. Da ist niemand. Ich hab' Angst vor irgendwelchen Bildern, das irgendwo hinten... Okay. Dass bei solchen Räumen oder so irgendwo einer versteckt steht und ich seh' ihn nicht. Da war niemand. Ja, okay. Sogar seine Opfer noch mitten auf dem Bild hinten. Da ist jemand gekritzelt, aber ich denk' mal, das ist nur eine Zeichnung, ja. Fenster, alle clean. Okay, da ist niemand. Ich seh' niemanden. Ich seh' niemanden. Okay. Junge. Geh' mir weg. Okay, das war nur ein Schädelfuck. Das ist keine Gefahr. Die Bilder werden immer... Sind immer kürzer... Für... Für einen kürzeren Moment da. Immer kürzer und kürzer. Freddy Fazbear! Puppe. Puppe ist nicht gefährlich. Ja, alter. Freddy Krüger einfach hin. 28 von 30. Junge, Junge, Junge. Das waren viele. Die OPs werden anscheinend oft nicht von den Ärzten selbst gemacht. Und es wird mit den billigsten Kosten nach ausländischen Gästen gesucht. Unangenehm, Mann. Wer Dr. Kim ist... Dr. Kim ist so ein Arzt, der ältere Leute jünger aussehen lässt. Und das dann irgendwie auf TikTok immer postet. Und die sehen super gruselig aus. Ich kann's kurz zeigen. Die Menschen sehen super gruselig aus. Und der zieht dann die Haut so komplett zurück und so. passt sie an. Und davon gibt's halt ganz viele Bilder. Oder was ist ganz viele Bilder? Ganz viele TikToks. Das ist super creepy. Hier, das ist, glaube ich, recht viral gegangen. Also durch dieses Bild habe ich das mitbekommen. Komplett anderer Mensch, ja? Das glaube aber teilweise nur, weil die Bilder frisch nach der OP gemacht werden. und sich der Körper daran gewöhnen muss. Habe ich zumindest irgendwo gehört. Also du willst mir sagen, dass das danach wieder ähnlicher zu dem da oben aussieht? Junge, wieso? So alt sieht die doch gar nicht aus. So alt sieht die doch gar nicht aus. Wieso hat ihr das gemacht? Imagine in dem Alter. Okay, ist ein bisschen verpixelt. Imagine in dem Alter. Imagine ist einfach 70 angießt Dr. Kim und lässt dir die Haut zu lang ziehen. Die ist 47? Real-Life-Body-Horror. Das ist halt wirklich, das ist echt crazy, man. Ja, ich meine es, deren Geld sollen die machen, ne? Aber wenn, keine Ahnung, wissen die das zum Beispiel, das was jetzt da geschrieben wurde, wissen die das? Hier mit, die UPS werden anscheinend oft nicht von den Ärzten selbst gemacht. Es wird mit den billigeren Kosten nach ausländischen Gästen besucht oder sowas. Also, ob die das vorher wissen? Ob da irgendwelche Praktis an dir rumfummeln? Aber ich meine, die sehen ja die Bilder vorher, ne? Bei dem Arzt und sehen ja, wie das dann im Endeffekt aussieht. Also, ja. Ich meine, es ist deren Geld, wenn es denen gefällt. Sollen die halt machen, ne? Aber es sieht schon ein bisschen gruselig aus. Und wer weiß, vielleicht, wenn das ja sich dann ein bisschen entspannt nach der OP und so, sieht das vielleicht ein bisschen angenehmer aus, ne? Aber ich denke mal, die meisten, die halt das ja machen, die sind ja keine Influencer, die dann von sich Fotos dann weiterhin verbreiten oder so, sondern das ist ja nur beim Arzt selbst, vom Arzt diese Fotos gemacht. Und danach sieht man die Leute ja nie wieder wahrscheinlich. Okay, machen wir weiter. Nächster Test. Audio Transcription. Vielleicht wollen sie ja creepy aussehen. Chat, zuhören. Zuhören, Chat. The quick brown fox jumps over the lazy dog. Wie soll ich mir das merken? The quick brown fox jumps over the lazy dog. The Chris Brown? Ich verstehe da nach Chris Brown das Wort nicht. The quick brown fox jumps over the lazy dog. Oh, das klingt plausibler. The quick brown fox jumps over the lazy dog. Das klingt besser. Ja, das klingt besser. The quick brown fox jumps over the lazy dog. Do not look behind you. Do not look behind you. Do not look behind you. Chat, nicht nach hinten gucken. Ich fand Chris Brown nicht schlecht. Ah, ah, geguckt. Da war niemand. Okay, chill halt. Replaceable? Schreibt mal das Wutchen. Replaceable. Ohne E oder mit E? Ohne. Cloudy with a chance of rain. Everything is fine. Everything is fine. Every... Everything is fine. Ich hab Howdy verstanden. Ha, ha, Howdy! See, 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 see I don't see 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 I don't see the Sun of the new year don't leave me here don't leave me here don't you leave me here so so don't leave me here don't leave me here das klappt ohne ne man muss ich denn eigentlich den hier machen ich muss wahrscheinlich den hier auch machen ne don't leave me here get out of my eyes mach uns wieder ganz mach uns wieder ganz my eyes was was irgendwas your und am ending ist mit counts brod irgendwas you might not you might not klingt gut man das klingt sehr gut der anfang you might not you might not bring robert to the counts künstler künstler sagt dann glaube ich oder künstler You might know that Robert killed himself. You might know Robert killed himself. You're right, Robert just looked like he killed himself. You're right, Robert just looked like he killed himself. You're right, Robert just looked like he killed himself. You're right, Robert just looked like he killed himself. Well, it's false. You're listening right now. You're listening right now. Well, you're listening. I'm proud, or so? You're listening right now. I'm home. Nicht lauter geht nicht. They're listening right now. So I said, oh, here. Here, listening. You are listening right now. They are listening right now. Boah, das klingt gut. Boah, das klingt gut. They're listening right now. Boom! Boom! I want to play with you. I want to play with you? I want to play with you. Yeah, that sounds good, man. Don't you forget me. Don't you forget me. Yeah, then make louder, Keks! I desire you. Please come back. I'm so cold, so cold. I'm so cold, so cold. Chad, is that you? 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 Oh, dead, maybe? Is that you? Oh, dead, maybe? Yeah, probably dead. Is that you? Who is dead? What the f- He said, who is dead? Am Anfang, I said, who is dead? Who is dead? Who is dead? Und dann irgendwas. Ah, where the f- Is that you? Yow, who is dead? It sounds like a step back. Step the f- Back? You the fuck back? Is that you? Who is dead? What the f- vielleicht wirklich step back step back step the fuck back oder go go back go the fuck back aber go sagt man glaube ich nicht das klingt ja wie go oder und ich stehe oder würde dieses spiel nie schaffen da ich nichts höre ja ich glaube man muss nicht jeden test bestehen er kann beck ich das klingt also das ist definitiv go go back go the fuck back definitiv irgendwas mit have mercy kill me oder so ne sagt er please am anfang ich habe nur have mercy kill me verstanden ok wir müssen ja nochmal durch ne ist arschlaut aber wir müssen ja nochmal durch das ist auf jeden fall please wir haben einfach verkackt ok ein test glaube ich noch oder ja ein test noch entity 101 wir können hören entities are otherworldly beings that humans have been encountering for thousands of years for once was a rare sighting entities have begun appearing more rapidly through time this led to the founding of the entity research department erd goal is researching entities to protect the public but more importantly finding utility in entities and where they come from the leading theory of where they come from is back doors yet no physical evidence has been found yet that's where you come in as an agent of the area you will be conducting highly confidential research missions to explore the gain of function of entities and finding their origin this brief module will explain how entities are classified and show you the four entities the area are focusing on in 1992 aber wir haben gerade 1990 entities are given an idea but are often given a nickname some entities are given a class that link them to a family of entities entities are classified in three ways threat level containment and utility each rated by five levels entity e549 mit name shadow people class doppelganger threat moderate containment extreme utility significant shadow people or night terrors torment their prey during night when there is low visibility often in bedrooms when the prey is sleeping paralyzing their prey during sleep shadow people will ominously watch from a distance it isn't known why shadow people choose to kill as they will often torment the same subject for many years but when they do the victim isn't touched to the civilian world it seems the subject died in their sleep the research goal this year is finding out how shadow people choose their prey and if this can be influenced if so e549 could be used in advanced interrogation techniques attack 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 718 nickname matronic class machine threat containment easy utility moderate matronics take the form of animatronics playful figures that appeal to children matronics prey on children with no known case of an adult victim it isn't known where matronics bring their children prey however they are never seen again matronics although dangerous they are easy to terminate and capture the past five years agents of erd children have been targeted by matronics and have taken one hundred and seventy eight the research goal this year is finding why matrons are targeting Asian children and how to redirect their targeting entity e59 nickname skinwalker class doppelganger threat severe containment moderate utility significant skinwalkers are ancient shapa shifters usually taking the form of animals and uncommonly humans stealing their skin in the process skinwalkers are incredibly violent and when killed leave behind nothing but their body vector skinwalkers have a hard time replicating the natural movements of creatures they take control of skinwalkers can often be identified by unusual eye size or loose skin the research goal this year is finding a systematic way to identify skinwalkers 99% of the time and finding out defensive measures that can be taken to prevent loss of possession of body entity e59 nickname the rake class dull threat moderate containment moderate utility low after the elimination of the wendigo a new creature has seemingly taken its place in the Midwest of America and Southern Canada humanoid in shape the rake has varying size limbs but usually conforms to a white pasty color skin rakes hunt at night and humans are their favorite prey rakes are susceptible to gunfire yet are incredibly agile and thus hard to shoot the research goal this year is finding out the cause of their resurgence and the correlation after the wendigo eradication is there a point of taking out entities is there is always a bigger fish a brief quiz will frontline I have something broadcasting and this came out metronik das ist shadow visa shadow shadow people shadow man shadow people das ist ein skinwalker das ist ein rake a child of an agent has been taken by a metronik what should you do follow it to find terminate the threat runaway capture entity follow it to find origin what gives a way that this entity is a skinwalker upwards figure unusual eyes the eyes no shadow people kill their prey after how long hours a rake has approached you during a mission all you have is a service pistol are you able to yeah them gesagt mit guns kann man die töten you have a child and after watching this training module you have learned your child is a risk of the abduction you should nothing glaube ich ist richtig wow ich bin voll schlau keggy kann sich nichts merken keggy beantwortet jede frage problemlos so wir sind durch wir können zum examen abschlussprüfung the final exam will now begin a mixture of content from previous models keine ahnung was ich von der stunde gemacht habe hier beginn gesicht skinwalker doppelgänger did you check the latch was habe ich gecheckt was habe ich gecheckt leute did you check the latch was ist latch und äh was sollt ihr tun collect evidence äh no thread der rechte loose skin was terminate yourself oh my friend holy shit Ja, hier Choose the correct entity, shadow people Yes, shadow people Your co-worker, who you consider a good friend Seems to be infected by something You want to save him But you know it's your duty to put him down This is an example of which will keep you Always carry a pistol Keine Ahnung Ich konnte hat keine Zeit alle zu lesen Are you serious? Are you serious? Gesicht Gesicht Junge, was ist denn mit der da unten links los? Die war bei Dr. Kim Are you scared? What? No, Fred Do it, Fred A group of entities have kidnapped children Your mission protocol is only to observe from a distance What should you do? Observe Schreckt die Kinder Das ist ein Rake Das ist ein Shadow People Knuckle Walker Gesicht Crazy dude Oh, Fred Digger Abstand Ganz viel Abstand Ich hab's gestanden Return to your supervisor For next Stop watching Before they find you Ja, der hätte jetzt meine Cam kommen müssen Meine Cam wurde nicht erkannt Der hätte jetzt mein Gesicht kommen müssen Ich hab extra meine Webcam angeschlossen Wurde nicht angenommen Ja, war ganz cool, oder, Chad? Das war doch ganz funny, oder? Consider to join your Discord Ja, das war doch ganz funny Also, lass doch mal Ein Subter Nein, warte Was wollte ich sagen? Was wollte ich sagen? Ich weiß nicht, was ich sagen wollte Für den Klenke ist der League TBA Lass mal eine richtige Klausur schreiben Irgendwas wollte ich gerade sagen Ich weiß nicht, was ich sagen wollte Was war das? Keine Ahnung, was ich sagen wollte Ja, jetzt eine Jetzt eine Klausur an euch, Chad Jetzt kommt eine Klausur an euch Okay Ich mach jetzt einen Test mit euch, Chad Ob ihr jetzt bei dem Spiel Aufgepasst habt Aufgewacht habt Ob ihr jetzt bei dem Spiel Aufgepasst seid Und zwar Und zwar Und zwar Und zwar Wie heißt Der Doktor, der das macht Habt ihr aufgepasst Und zwar